Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei D-Punkt. Es geht um Dresden, die Sendung, bei der ich mit unserer Oberbürgermeisterin über Dresdner Themen spreche. Herzlich willkommen, Helmar Oros. Danke, dass Sie sich wieder mal die Zeit genommen haben. Die Zuschauer sehen uns auf der roten Couch. Die haben wir bisher zweimal verwendet, wenn wir mehr über persönliche Dinge gesprochen haben. Aber wir fühlen uns hier ganz wohl auf dieser Couch. Deshalb haben wir gesagt, wir machen alle Sendungen jetzt aus diesem Ambiente heraus und verbinden sozusagen das Angenehme mit dem Notwendigen. Wir werden trotzdem keinen Kuschelkurs fahren. Und um das mal deutlich zu machen, gleich am Anfang ein Thema, Kurtaxe. Die Welt macht sich ein bisschen lustig darüber. Kurstadt Dresden. Sind wir jetzt eine Kurstadt? Nein, also der Titel ist so, wie er ist. Unabhängig davon ist der Ursprung natürlich auch in der finanziellen Situation zu suchen. Es gibt viele Möglichkeiten für große Herausforderungen, aber auch für Investitionen und Finanzierung, Steuermittel zu akquirieren. Aber da wissen wir, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sehr darauf bedacht sind, keine Steuererhöhungen zu akzeptieren. In der politischen Landschaft sieht es ähnlich aus. Also müssen wir uns, um unsere Kosten zu decken, anderer Möglichkeiten bedienen. Und da lässt der Gesetzgeber unter anderem auch das Thema Kurtaxe zu. Aber das kann ja auch Nachteile haben. Also glauben Sie, dass Touristen vielleicht abgeschreckt werden, weil Sie sagen, jetzt wird der Aufenthalt hier noch teurer und Kulturstadt, ja, aber Kurstadt ist Dresden nicht. Also das kann ja in beide Richtungen losgehen. Ja, also ich glaube, das ist eine Schattendiskussion. Zum einen sind wir nicht die Ersten, die von diesem Recht Gebrauch machen. Es gibt dafür auch noch andere Namen, Bettensteuer, Tourismusabgabe und vieles andere mehr. Also es gibt viele, viele Städte und Gemeinden, die aus unterschiedlichen Gründen zu solchen Möglichkeiten von Einnahmeakquirierung inzwischen gegriffen haben. Und es ist in der Tat so, wir haben ja in den letzten Jahren erhebliche Investitionen, nicht nur in den Bildungsbereich, auch in den Kulturbereich, auf der Tagesordnung. Und das heißt natürlich auch, wir müssen bei steigenden Kosten an anderen Stellen und teilweise auch weniger Einnahmen bei den Steuermitteln nach Möglichkeiten suchen, diese auch zu decken oder aber auf entsprechende Investitionen zu verzichten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht gerechtfertigt, die vielen, vielen kulturellen Anbietungen, die es in Dresden gibt, vor allen Dingen für die Touristen und Besucher, auch ein Stück weit, ja, mit einem kleinen Obolus zu belegen. Und ich denke, 1,30 Euro, das ist verkraftbar. Ja, übrigens, die Dresdner sind inzwischen mehrheitlich auch dafür. Es war jetzt keine satte Mehrheit, es sind 56 Prozent, die das befürworten. Hat sich ein wenig noch verstärkt, seit wir das das letzte Mal gefragt haben. Also Ihre Bürger haben Sie hinter sich. Die erwarten sich natürlich dann auch, dass Segnungen von dieser Steuer auch für die Bürger herauskommen. Also ob wir eine Kurstadt sind, ist vielleicht fraglich, auch wenn wir eine Kurtaxe haben. Aber was wir auf jeden Fall sind in Dresden, ist die Geburtenhauptstadt Deutschlands. Und das jetzt seit drei Jahren. Worauf führen Sie das zurück? Warum gibt es in Dresden mehr Geburten pro 1000 Einwohner oder wie immer man das berechnet, als in anderen Städten? Also ich denke, das kann man nicht mit einem Argument begründen. Es gibt viele Dinge. Zum einen schauen wir auf eine außergewöhnliche, prosperierende Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren in Dresden zurück, was sich inzwischen rumgesprochen hat. Es gibt neben Wirtschaft, Wissenschaft natürlich auch viele kulturelle, aber auch Wohnbedingungen für junge Familien, die sich sehen lassen können. Deswegen ist Dresden derzeit nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in ganz Deutschland und darüber hinaus in aller Munde. Und wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, dass wir das Thema Bildung und Kultur in den Vordergrund stellen, weil beides sind natürlich hervorragende und bewiesene Möglichkeiten, dass Menschen interessiert nach Dresden schauen, vielleicht zuerst als Tourist, später aber auch als Bürger sich hier niederlassen. Und ich denke, diese Vorhaben sind inzwischen aufgegangen. Wir investieren in Bildungsstrukturen, in Kitas und Schulen. Ich glaube, nirgends anderswo in Deutschland sind so viele Millionenbeträge in den letzten Jahren dafür ausgegeben worden. Darüber hinaus in Kultur. Und wir versuchen natürlich auch eine familienfreundliche Situation in Dresden zu unterstützen. Nicht nur als Verwaltung, sondern gemeinsam mit den Unternehmen, mit den Bildungseinrichtungen. Und dort sehen wir uns in einer, glaube ich, sehr erfolgreichen Gemeinschaft. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen, familienfreundliche Lebensbedingungen, Wohnbedingungen, aber natürlich auch Freizeit- und Kulturangebote. Und ich glaube, dieser bunte Strauß vieler Dinge, die in den letzten Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht wurden, sorgt für Attraktivität. Und wenn man dazu noch einen Arbeitsplatz hat, der gut finanziert wird und auch die Aussicht hat, dass er in den nächsten Jahren noch vorhanden ist, denke ich, das ist eine Entscheidungsmöglichkeit für junge Menschen aus dem In- und Ausland, was Dresden natürlich im Moment stärkt. Also Sie führen es in erster Linie auf Strukturen zurück, auf Möglichkeiten, die man hier hat. Wenn man interessant zu untersuchen, ob es auch so etwas wie ein Klima, ein kinderfreundliches Klima gibt in der Stadt. Meinen Sie, dass auch so auf der psychischen Seite bei den Bürgern eine Atmosphäre geschaffen wird, das Kinderkriegen auf die Zukunft gerichtet, auch Hoffnung zu haben, dass es den Kindern gut geht, dass das eine Rolle spielt? Ja, ich glaube auch in den Köpfen vieler junger Leute ist die Familie wieder eine Institution, für die es sich lohnt zu leben und auch mit ihr zu agieren. Dass der Wunsch nach Kindern, Gott sei Dank, aufgrund dessen, dass es den Menschen auch recht gut geht, dass man weiß, dass Kinder eine erhebliche Bereicherung für eine Familie sind, spielt eine Rolle. Aber natürlich auch das Klima, das Miteinander, wie Sie schon sagen, aber auch das Klima in Dresden ist nicht das Schlechteste. Und natürlich die Landschaft und die Möglichkeiten, auch im Umfeld von Dresden hervorragende Freizeitmöglichkeiten zu nutzen. Ich glaube, das alles spielt eine große Rolle. Sie haben in den letzten Tagen einen Vortrag gehalten, da haben Sie sehr über die Dynamik Dresdens gesprochen. Dresden sei eine dynamische Stadt und diese Dynamik muss man auch noch weiter verfolgen. Dresden galt ja nicht unbedingt in der Vergangenheit als dynamische Stadt. Man hat, als ich hier nach Dresden kam, als erstes das Wort gehört von der Stadt, in der die Beamten ihre Dackel an der Elbe spazieren führen. Aber für Dynamik stand eher Leipzig, ja, als eine Handelsstadt, auch eine weltoffenere Stadt. Was hat diesen Turnaround geschafft? Warum glauben Sie, dass Dresden da sein Image auch nach außen verändert hat? Naja, ich denke mal, das sind mehrere Aspekte, die man hier auch nennen muss. Also zum einen haben wir, ich glaube, sehr großes Glück gehabt, 1990 bei der Grundsteinlegung hier im Freistaat Sachsen die richtigen Entscheidungsträger vor Ort zu haben. Und mit diesem Wissen und dieser Erfahrung der Entscheidungsträger, aber auch das Engagement der Sachsen, die Arme hochzukrempeln und wirklich mitzumachen und die Aufbauarbeit intensiv zu unterstützen. Zum anderen, wie gesagt, seit mehreren Jahren leben wir auch vor allen Dingen und zunehmend in den letzten Jahren von Zuwanderung aus Sachsen, aus Deutschland und darüber hinaus. Und das sind natürlich auch Bedingungen, die insgesamt das Klima in der Stadt verändern. Vor allen Dingen die Wirtschaft und die Wissenschaft und die Forschungseinrichtungen in hervorragender Art und Weise unterstützen und bedienen. Ich nehme nur ein Beispiel. Am Max-Planck-Institut haben wir Vertreter aus 45 Nationen, die dort gemeinsam forschen und arbeiten. Das ist genial. Das ist auch eine gegenseitige Befruchtung. Nicht nur im Miteinander leben, sondern auch im Miteinander arbeiten. Und so könnte ich also viele, viele Dinge aufzählen. Und ich glaube, auch die Stadt an sich hat ihr Gesicht verändert. Sie ist auf der einen Seite modern, wenn wir an die Neustadt denken. Dort fühlt man sich, wenn man durch die Straßen geht, wie in New York teilweise. Und auf der anderen Seite aber auch die imposanten historischen Bauten, die natürlich mit viel, viel Millionenbeträgen wieder aufgebaut worden sind. Das sind natürlich auch große Anziehungspunkte und die Landschaft, die einlädt zur Erholung und Freizeitgeschaltung. Also hat sich schon ein Gegengewicht entwickelt im Laufe der Zeit gegenüber dem barocken Dresden, was ja eigentlich ganz wesentlich immer das Image gepackt hat. Barock und Klassik das eine. Und wir sind aber auf einem guten Weg auch moderne und zeitgenössische Kunst und Musik auch in Dresden zu etablieren. Sie haben in diesem Vortrag vier Punkte genannt, die Sie auch weiter verfolgen wollen. Sie haben zum einen gesprochen natürlich über die Kinderfreundlichkeit, Investitionen in Familie, Kinder, Jugend, Schulbau spielt da eine Rolle. Sie haben aber auch über die Kulturstadt gesprochen, dass man die stärken will. Nun gibt es einen kleinen Wermutstropfen mit dem, was in der Semperoper passiert ist. Das ist aber nicht Sache der Stadt, das ist ja der Freistaat. Meinen Sie, dass das ein Imageschaden ist für die Stadt, weil die Semperoper nun in der internationalen Presse natürlich vorgekommen ist mit diesem Vorfall? Also natürlich klar, die Semperoper ist eine weltweit anerkannte und profilierte Einrichtung. Und wenn sich da Personalprobleme ergeben, dann wird das natürlich über die Medien auch weltweit gespielt. Aber ich glaube, es geht jetzt darum, und da ist der Freistaat ja dabei, mit den entsprechenden Personen eine Schadensbegrenzung in gewisser Weise zu forcieren. Man muss miteinander ins Gespräch kommen, man muss schauen, wie man sich möglicherweise einigen kann. Also es darf jetzt nicht dauerhaft oder längere Zeit ein Thema in der Öffentlichkeit sein. Aber ich glaube, da sind die Verantwortlichen des Freistaates auf einem guten Weg. Für unsere Zuschauer, ich habe angesprochen natürlich die Vertragsauflösung mit dem designierenden Intendanten der Semperoper, die einigen Wirbel aufgeworfen hat. Sie haben da noch angesprochen als dritten Punkt das Miteinander fördern, den Ehrenamtspass. Was ist das denn eigentlich in ein, zwei Sätzen mal erklärt? Also das Miteinander, da geht es vor allen Dingen darum, dass wir als Stadtgesellschaft noch mehr auch Verantwortung übernehmen im Alltag, aber auch im Miteinander bei unterschiedlichen Formen des Helfens und des Füreinander-Daseins. Und gerade für diese Arbeit, die sich ja in den letzten Jahren auch gut entwickelt haben, hat ungefähr ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger ist in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich oder aber auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe tätig. Und deswegen hat der Freistaat vor einigen Jahren gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden den Ehrenamtspass entwickelt auf unterschiedliche Facetten. Der Dresdner Pass ist eine Möglichkeit für Menschen, die halt für andere da sind und sich auch an gemeinsamen Aktionen beteiligen. Auch ein kleiner Dank. Es ist kostenlose Besuche von Museen spielen eine Rolle oder andere. Also man hat einen richtigen materiellen Vorteil davon. Oder auch andere Vergünstigungen. Und es soll auch ein Stück animieren und zu sagen, ich gehöre zu der Gruppe derer, die sich engagieren. Das ist das, was Soziologen soziales Kapital nennen, was also über die materiellen Möglichkeiten einer Gesellschaft hinausgeht, das Miteinander. Im vierten Punkt, den Sie angesprochen haben und mit dem wollen wir dann unser Gespräch heute auch beenden, Sie haben von der Willkommenskultur gesprochen, dass wir die Willkommenskultur pflegen sollen. Und da jetzt wiederum aus unseren Umfragen, die wir gemeinsam mit den Dresdner Neuesten Nachrichten machen, ein ganz erfreuliches Ergebnis. Wir stellen dort seit einigen Jahren die Fragen, in welcher Gesellschaft man denn leben möchte. In einer Gesellschaft, in der die Menschen aus vielen verschiedenen Kulturkreisen leben. Oder eine Gesellschaft, in der Menschen der gleichen kulturellen Herkunft leben. Und da hat sich richtig ein Wandel ergeben innerhalb der letzten Jahre. Es gibt jetzt eine Mehrheit, die sagt, ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, in der Menschen aus vielen verschiedenen Kulturkreisen leben. Also die Offenheit gegenüber dem Fremden, auch gegenüber Ausländern, die ist jetzt da. Nun muss man ein paar Abstriche machen, wir nennen das sozial wünschbare Angaben. Aber trotzdem, durch den Vergleich über die Jahre hinweg, sieht man, dass sich etwas verändert hat. Worauf führen Sie das zurück, dass innerhalb so kurzer Zeit Dresdner ihre Einstellungen geändert haben? Ich glaube, da gibt es viele Beispiele und Möglichkeiten, an denen man das festmachen kann. Zum einen natürlich die Zunahme der Vielfalt bei der Zuwanderung, aber auch das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in den letzten Jahren viele Aktionen gestartet, angefangen von der Vorbereitung des 13. Februars bis hin zu interkulturellen Tagen und vieles andere mehr. Und ich bin sehr dankbar und freue mich natürlich über diese Ergebnisse, dass doch eine Kontinuität in der Arbeit und des Miteinanders, der Gespräche mit den Bürgern, der Gespräche mit den Zugereisten, mit den Zugewanderten, ob das jetzt ausländische Forschungsfachleute sind oder aber im Prinzip Bürgerinnen und Bürger, die aus Gründen der Familienzusammenführung oder anderes mehr hier nach Dresden kommen. Es ist wichtig, dass man die unterschiedlichen Argumente hört und auch als Verwaltung versucht, an den Rahmenbedingungen ein Stück weit mit zu verändern. Das ist natürlich nur die eine Möglichkeit. Ich denke an das Welcome Center, was ja sehr erfolgreich läuft, gemeinsam mit der Technischen Universität, wo wir versuchen, ankommende Fachleute zu begrüßen und ihnen gleich an einem Ort all die Fragen zu beantworten, die natürlich Neuankömmlinge interessieren. Ich habe angefangen, wo gibt es einen englisch sprechenden Arzt, wo können meine Kinder zur Schule gehen, hat meine Frau Chancen, irgendwo Arbeit aufzunehmen und wo kann ich wohnen. Und darüber hinaus natürlich auch eine Empathie, die inzwischen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern entstanden ist oder lebendiger geworden ist, sodass auch die Menschen, die zu uns kommen, das Gefühl des Willkommens auch mitnehmen. Und das natürlich auch als Botschafter unserer Stadt wiederum in ihren Bekanntenkreisen zu Hause, wo sie hergekommen sind oder auch in den Gremien von Wissenschaft und Wirtschaft weitergeben. Also viele Dinge spielen eine Rolle. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, die alle aufzuzählen. Aber ich will auch nochmal meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass für mich eine wunderbare Entwicklung ist, an der wir natürlich weiter arbeiten müssen, aber die sehr, sehr vorteilhaft für uns, die wir hier schon waren, aber für alle, die kommen und auch für die Entwicklung Dresdens ist. Man muss auch bedenken, dass es noch Ängste gibt. Vor der Zuwanderung haben die Bürger Ängste. Sie haben Ängste wegen Kriminalität, sie haben Ängste wegen Lohndumping. Das sind vielleicht Themen, die wir bei unserem nächsten Gespräch dann nochmal aufgreifen werden, weil uns das begleitet. Aber zunächst einmal sicherlich eine positive Entwicklung. Und wir sind nicht nur Geburtenhauptstadt in Dresden, wir sind auch eine Stadt, die offensichtlich, was die Willkommenskultur angeht, große Schritte getan hat. Ich bedanke mich, dass Sie wieder bei uns waren. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Und Ihnen danke ich, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren bei D. Punkt. Es geht um Dresden. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017